Nein, es ist nie zu spät. Ich habe ein wunderbares Beispiel. Der Gründer des Otto-Versands, Werner Otto, wurde, ich glaube, 101 Jahre alt, war ja nicht nur der Gründer des Otto-Versands, sondern ab seinem 60. Lebensjahr der Gründer der größten europäischen Shopping-Center-Kette, der größten Shopping-Center-Kette, die er dann als zweite Karriere noch aufgebaut hat. Und der ist im Alter von 90 Jahren zum ersten Mal, glaube ich, aus Hamburg weggezogen in eine neue Wohnung nach Berlin. Ich glaube, er war verwitwet, hat sogar noch mal geheiratet und hat da noch elf Jahre verbringen können. Also ich glaube sehr, dass die Menschen in irgendeiner Weise belohnt werden, die den Mut haben, ihr Leben in den Griff zu nehmen, das Steuerrad des Lebens in die Hand und zu sagen, jawohl, ich will nach links. Der eine kann dann gleich nach links fahren, der andere sagt, okay, ich will nach links, dann muss ich noch zwei, drei Schritte machen, wegen mir muss ich ein bisschen mehr Berufserfahrung noch sammeln oder ich muss mich mein Team in die Abteilung versetzen lassen, weil dann kriege ich das Know-how oder die Kontakte, die ich brauche und dann kann ich in zwei Jahren nach links fahren. Das ist bei jedem individuell. Aber ich glaube, dass die, die diese Eigenverantwortung übernehmen, die werden in irgendeiner Form belohnt. Häufig ist die Antwort nicht links, man fährt nach links, aber weil man nach links gefahren ist, hat man dabei im Straßenrand was gesehen, hat man angehalten und dann hat sich herausgestellt, das war ein klugem Gold. Während die Menschen, die einfach sich treiben lassen und sagen, das Schicksal wird es schon machen oder die Gesellschaft oder das System oder der Vorgesetzte, die denken, also müssen doch alle von außen auch merken, wie gut ich bin, nicht wahr? Ist denen sicher doch aufgefallen. Na nein, das Leben ist ungerecht, das muss man klar sich vor Augen halten. Wer sich nicht um seine eigenen Belange kümmert, dabei ein anständiger Mensch bleibt, aber seine eigenen Belange kümmert, kann nicht davon ausgehen, nur weil er bessere Noten hat, weil er schneller die Akten arbeitet, dass er daraufhin groß rauskommt und dass das groß anerkannt wird. Ich würde sagen, gerade ganz im Gegenteil. Typischerweise sind das oft Menschen in der Schule die Allerbesten sind. Ich erinnere mich an eine Erzählung meines Vaters, der sagte, ja, ja, der Klassenbeste, der ist dann, ich weiß nicht was, zu irgendeinem Chemiekonzern gegangen, nehmen wir mal, sagen wir BASF, ja, und der Zweitbeste, der ist ähnlich auch zu Daimler ins Management gegangen, so weiter. Und das waren Menschen, die eben schnell und gut gewisse Dinge, also die jeweilige Aufgabe prima abgearbeitet haben und haben wahrscheinlich gedacht, man sieht doch, dass ich klüger bin als der andere. Ich habe doch mehr drauf als der andere und sind dann völlig verwundert, dass später, wenn dann Fusionen sind, sagen wir mal mit angelsächsischen Firmen, ja, dass dann typischerweise der wenig extrovertiert auftretende, nicht so eloquente, wird dann eben bevorzugt. Und die Angelsachsen, die haben eben das Fach Speech und Drama zum Beispiel in der Universitätsausbildung dabei. Das heißt, die werden, das kommt da sicher mittlerweile ja auch in deutschen Ausbildungswegen, mehr und mehr, aber in der Vergangenheit war das nicht so vorgesehen. Das heißt, die haben einfach gelernt, wie man gescheit auftritt, wie man mit einem Witz über sich selber schon mal die Lacher auf seine Seite bekommt und einen guten Eindruck hinterlässt. Und es ist ganz typisch, dass der klassische brave deutsche Pokurist, der ein Leben lang nur für eine Firma arbeitet, aber eine graue Maus, der nicht das Gespür hat, aber auch sich nicht die Mühe macht, mal auf sich aufmerksam zu machen oder der nicht das Gespür hat, wohin geht, welche Seilschaft ist denn da auf der Gewinnerseite und so weiter, der bleibt eben links liegen und verkümmert dann eines Tages in irgendeiner Seitenfunktion, während irgendeiner, der also nur ein Viertel von dem kann, was er an Fachnummer hat, aber ein großartiger, der Engländer, der ist Bullshitter, der einfach wunderbar da eine Presentation hinlegt wie Graf Koks, der wird Präsident, aber 100 Prozent. Keiner ist ja ein Multitalent, dass man nicht die Fahne runterholt und sagt, oh Gott, jetzt müssen wir demnächst auf das und das treffen oder ich bin da und da eingeladen und ich kann das und das doch gar nicht gut, also Smalltalk und so weiter. Also dann gibt es ja nur zwei. Entweder geht man erst gar nicht hin und sagt, ich mache da nicht mit, dann sind für gewisse Dinge sind dann aus oder aber wenn man feststellt, ich bin da kein Naturtalent, es wäre aber gut, wenn ich mit meinem Tischnachbarn oder meiner Nachbarin gut spreche, dann muss ich mich eben mal schlicht und einfach vorbereiten. Ja und genauso, wenn Leute in lustiger Stimmung, das habe ich ja dann geschrieben, einfach Gedächtnis nicht gut ein, zwei Witze behalten können, dann steckt man sich auf einer kleinen Karteikarte, die in die Handtasche oder in den Sakko und schaut vorher nochmal drauf, damit man sagt, wenn man Witze jetzt erzählt, und sagt, ja da habe ich auch einen netten Witz beizutragen, anstatt da im roten Gesicht zu sitzen oder beschämt auf seine Schuhe zu gucken. Deshalb ist es so wichtig, dass man keine Angst hat, dort wo man beschäftigt ist, aber es gilt auch für Selbstständige mit Lieferanten und mit seinen Kunden, dass man ab und an, gerade wenn man so vielleicht ein etwas komisches, mulmiges Gefühl hat, irgendwas stimmt hier doch nicht oder der guckt so komisch oder früher war der anders oder die Kollegen gucken auf einmal weg, wenn ich in die Mensa komme oder was auch immer. Man muss die Dinge ansprechen. Ich habe das falsch gemacht, als ich jung war und noch für Firmen gearbeitet habe. Ich habe mich dann weggeduckt, wollte, so hatte das Gefühl, da stimmt was nicht. Ich will es erst gar nicht hören, vielleicht ist ja auch nur eine Einbildung falsch. Nein, man muss hergehen und muss klar sagen, hören Sie mal zu, ich bin jetzt seit fünf Jahren hier, ich bin ja zweimal befördert worden, ich leite jetzt, ich weiß nicht was, die Einkaufsabteilung oder die Niederlassung Husum. Und ich wollte Ihnen nur sagen, lieber Chef, an sich möchte ich im Leben noch weiterkommen. Man kann nicht erwarten, dass der Chef sich für einen den Kopf zerbricht, vielleicht denkt er für dich, gibt es nichts Schönes, als in der Usung Chef zu sein. Und wenn Sie sagen, ich möchte an sich ein bisschen weiterkommen, vielleicht fällt er aus allen Wolken und sagt, ja gut, das ist sagen, hätte ich ja nie gedacht. Oder er sagt, ja lieber Mann, das ist ein netter Gedanke, also da müssen wir aber, das ist ein längeres Thema, haben Sie heute Abend was vor, da müssen wir mal zusammen essen gehen. Und dann erfährt man, dass er einen ganz anders einschätzt als man selber. Und dann erfährt man, dass er sagt, hören Sie aber zu, Ihr Traum, dass Sie Niederlassungsleiter Berlin werden mit der und der Kundschaft, da sind Sie nicht der Richtige für. Und ich erzähle Ihnen auch mal warum. Warum? Und obendrauf würden Sie gar nicht glücklich werden. Sie können das gar nicht abschätzen. Und dann gibt es eben zwei Reaktionen, zwei Möglichkeiten. Entweder hat der Chef recht und meint es gut mit Ihnen. Und wenn Sie seine Argumentation nachfolgen können und wenn er mit einem alternativen, konstruktiven Plan kommt und sagt, hören Sie mal, Stadt Berlin und Niederlassungsleiter, habe ich eine ganz andere Idee. Ja, Sie sind ein Top-Aquisiteur. Ich will gar nicht mehr, dass Sie Niederlassung leiten. Ich möchte, dass Sie, Sie sind unser Dauer-Aquisiteur. Oder aber, Sie kommen zum klaren Ergebnis bei so einem Gespräch. Ja, mein Gott, die kapieren gar nicht, wer ich bin. Die betrachten mich als eine graue Maus. Ich bin immer gar keine graue Maus. Die denken, ich kann 1,50 Meter hochspringen. Ich kann aber drei Meter mit dem Stab hochspringen. Und je eher, ich kann nur sagen, je eher Sie das erfahren, wer Ihnen da gegenüber sitzt, wie Sie beurteilt werden, umso besser. Nicht, weil Sie dann unglücklich sind, sondern weil Sie Zeit gewonnen haben. Sie wissen, da ist nichts zu holen in dem Laden. Also es ist völlig fatal, hinwegzugucken, es zu ahnen. Die Jahre vergehen und plötzlich sind Sie dann tatsächlich etwas zu alt für gewisse Wechsel. Vielmehr ist es dann sehr viel schwerer. Und im anderen Fall kann man ja dann genau überlegen, okay, wenn das so ist, das wird hier nichts, dann muss ich jetzt schon mal ganz schnell anfangen, mich neu zu orientieren. Und das machen nur sehr, sehr wenig Leute. Die Leute haben Angst vor der Wahrheit, ducken weg, beziehungsweise machen sich erst selber gar keine Gedanken.